Oh, fuck. Mann, da kann ich nicht pennen gehen. Ich brauche Wasser. Verdammt. Hier, die Kokosnüsse wieder hier. Am Teat-Drinking-Coconut. Wir brauchen andere Wasserquellen. Feuer muss da nicht drunter, oder? Das ist doch Solar. Solar ist doch irgendwas mit Sonne. Oh, bitte, lieber Bad, lass mir... Muss ich da Wasser reinfüllen? Damit das über Solar... Ich habe keine Ahnung. Wie soll das denn funktionieren? Solar Still heißt doch... Sonnenbrunnen, oder nicht? Fuck it. Warum sind da eigentlich Blätter drunter? Was hat das... Hat das eine andere Funktionsweise? Muss ich da Wasser reinfüllen, damit das entsalzt wird, oder so? Aber das... Hä, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich hatte gedacht, wenn es regnet, dann sammelt sich das hier drin, aber irgendwie... Scheiße... Steht dazu irgendwas? Früher gab es doch so ein Survival-Book. Ist das nicht mehr? Ich kann auch Grafts bauen. Okay. Das funktioniert vielleicht sogar besser. Ach, hier haben wir doch... die ganzen Bausachen. Okay. Tools. Was können wir denn noch so bauen? Crude Hammer. Fire Torch. Crude Owl. Crude Bow. Spare Gun. Okay. File Spare Gun Error. Okay. Bandal. Water Skin. Ah, da brauch ich wieder... Leder dazu. Okay. Clay Water Bottle. Da brauch man... Wo kriege ich denn Clay her? Hm. Plank Station und Woodlock. Dann kann ich Planks bauen. Okay. Okay. Fuck it. Structure. Ach, da sind diese Farming-Sachen. Propulsion. Sail. Ah. Mit einem Segel? Oh, wie nice. Okay. Plank Raft Floor. Ja, ist gut. Okay. Walls. Floors. Was gibt's denn da noch? Wie kann ich... Achso. Walls, Windows, Arches. Achso. Türbogen. Treppen. Nice. Und Dächer. Das sieht doch echt nice aus. Okay. Hm. Crafting. Vendor. Ein Haken. Wozu auch immer. Wahrscheinlich zum Jacke aufhängen oder was. Ein Bücherregal. Ein Stuhl. Ein Tisch. Nice. Plank Table. Wood Table. Ein Bett. Ah, ja genau. Okay. Wir haben das Ding mit dem Wasser immer noch nicht geklärt. Das ist doch scheiße. Ja, mir ist kalt. Immer so ein paar Sticks. Dann können wir das Feuerholz so wieder anfachen. Da hab ich schon die ganzen Sticks abgelegt hier hinten. Ähm, zwei, drei, vier. Ähm, Kindling, 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 Kindling. Wir hatten doch unser Feuer-Anmach-Ding da. Wie war denn das? Was ist denn das? Äh. Das ist gut, dass man so gut sieht im Dunkeln. Top. Oh nein. Das werde ich doch nicht finden im Dunkeln. Muss schon Neues machen. Okay. Das ist erstmal ordentlich Holz drauf. Wie war denn das mit dem Kindling? Kann das ja nicht noch irgendwo rumliegen? Dass ich das sehe? Das sehe ich nicht. Huhuhuhuhu. Hm. Eins, zwei, drei, vier. War das so? Kindling. Okay. Oh. Das hatte ich die ganze Zeit dabei, ne? Oh Mann. Komm, erstmal Feuer machen. Ich komm schon. Ja. Kindling. Hier lege ich es ab. Zwei Stück schon. Verdammt. Was machen wir jetzt mit dem... Oh Gott. Durst. Huhuhuhu. Das kann aber keine Lösung sein, dass wir ständig... Äh... Kokosnüsse sammeln müssen. Wir fledern was. Kann ich die... Was ist die jetzt hin? Sein geflogen, ne? Verdammt. Hätte ich die vielleicht häuten können, hätte ich vielleicht Leder gehabt. Keine Ahnung. Lass doch mal hier irgendwo... Ähm... Kokosnüsse nachwachsen, bitte. Nope. Nope. Sieht auch nicht so aus. Fuck it. Huhuhu. Da war wieder ne Bett. Wo ist sie denn? Hä? Die sind doch hier grad noch. Ist die jetzt schon verjagt? Mann. Fuck. Wir müssen das Wasserproblem lösen. Ach Quatsch. Ich will das doch... Mann. Bringt die uns vielleicht... Irgendwie ne... Nahrung wieder? Ähm... Hör mal. A can of beans could probably be broken or hit open. Ob ich das mit dem Messer aufmachen kann? Ja, nice. Okay. Nice. Kann ich das... Kochen? Yeah. Aber... Ich hör dieses Geräusch nicht, ne? Hm. Keine Ahnung, ob es das jetzt ordentlich erhitzt oder nicht. Ist noch ein Stein. Ich hoffe, das bringt uns ein bisschen Flüssigkeit auch, die Beans. Scheiße, die Spoilen. Fuck. Na ja, das war ja hier schon klar. Aber gut, essen mache ich mir nicht so Sorgen, weil... Wir können zur Not auch angeln und so, ne? Fische. Das hat ja ganz gut funktioniert, aber... Kann ich die jetzt so essen? Hm. Das war's. Fuck. Es gab doch Eimer, ne? Damit konnte ich aber nichts mehr. Kann das mal nochmal richtig regnen? Das fuckt mich ein bisschen ab. Kacke. Wir müssen auf zu neuen Ufern. Ich muss... Ich muss reisen, das hilft nichts. Also, das muss ich mitnehmen. Das macht eigentlich weniger Sinn, oder? Komm. Ab in unser Lager. So, was haben wir noch? Die Lashings, die können wir hier lassen. Die Sticks können wir hier lassen. Den Spare. Spare. Den lassen wir mal hier an der Hütte liegen. Äh. Ich hab zwei. Okay. Kompass. Was sehen wir denn auf dem Kompass? Okay, wir können ja gucken, ob ich... Nein! Wirf den doch nicht weg. Oh, ein verliere Idiot, ey. Ich hab das mal überlegen. Ich hab das mal überlegen. Der letzten Insel, auf der wir waren. Gab's da Palmen? Auf der gab's nur... ...Polmen, ne? Na, komm schon. Jetzt, rip ins Wasser. Alter. Ja, ich weiß, dass ich Wasser finden muss. Verdammt. Okay, wir fahren mal hier vor. Mal hoffen, dass wir uns mit dem Kompass besser orientieren können. Mal wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, ne? So. Hier. Hier ist unser Zuhause. Wenn wir jetzt in die Richtung rudern... So, ich muss hier... ...fangen wir aus. Warte mal schauen. Wie? Was geht denn mit dem Kompass? Kompass? Ist jetzt kaputt? Ah, jetzt. Er ist so einfach nicht aufgegangen. Ähm... Von unserem... Ist gut, dass man hier was erkennt. Also wir müssen nachher wieder in Richtung Südosten. Ziemlich genau in Richtung Südosten. SE hier unten. Südosten. Merken. Äh... Wie stecke ich den denn ein? Egal. Südosten... Äh... Zu der wollte ich, oder? Alter, das gibt's doch nicht. Südosten... Wie das wieder hinhaut, ne? Also Süd... Ost-Süd-Ost. Ne, wie heißt das? Süd... Mehr in Richtung Osten als Südosten. Ost? Süd-Ost? Ach, ich hab keine Ahnung. Wir finden hoffentlich wieder nach Hause. Jetzt geht's erstmal dem Mund entgegen. Denn wir haben Durst und wir müssen etwas zu trinken finden. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal Palmen. Das ist schon mal sehr gut. Da müssten wir jetzt hier auch ordentlich Kokosnüsse finden. Lass mal noch das Raft hier an Land ziehen. Damit's nicht wegschwimmt. Damit's nicht wegschwimmt. Okay. Sieht gut aus. Äh... Kokosnüsse, Kokosnüsse, Kokos... Oh, Kokosnüsse. Jetzt bloß nicht runterfallen. So, wir müssen nicht höher als nötig. Da haben wir schon mal eine. Hier haben wir zwei. Nice. Sieht's eigentlich aus. Ach du Scheiße. Wir müssen nur schnell... Schleunigst das tun. Da drüben ist auch noch ein Frack. Das ist ganz okay. Also erstmal was trinken. Mh... Los geht's. Eins... Zwei... Drei... Drei... Okay. Äh... Weiter geht's. Wir brauchen mehr Kokosnüsse. Denn wir haben Durst. Vorsichtig. Nichts, dass ich wieder runterfalle. Eins... Oh, ich komm nicht ran. Oh nein. Doch. Ja. Okay. Nächste Palme. Boah, hier ist reiche Beute, ey. Hier war ja noch keiner auf der Insel. Bitte. Bitte lass mich nicht runterfallen. Ich komm nicht ran. Bitte. Ach, das gibt's da nicht. So, komm schon. Jetzt. Ja. Okay. Ich hab's da. Runterklettern. Ganz vorsichtig. Da haben wir noch eine. Hoffen wir mal, dass wir da rankommen. Uh, das hakelt. Uh, das hakelt. Warum hakelt das so? Lass mich bitte nicht runterfallen. Na, komm schon. Gib mir die... Kokonat... Bitte. Oh man. Verdammt. Jetzt. Okay. Wir machen Fortschritte. Progress. Okay. Zwischendurch wieder was trinken. Hier waren schon die fertigen. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Vier Tage überlebt. Na. Nummer eins. Zwei. Drei. Vier. Noch drei. Nice. Okay, Müdigkeit. Ich muss dann irgendwann mal schlafen. Aber so ein paar Kokosnüsse würde ich gerne noch mitnehmen. Weil das mit dem Durst, das ist ja nicht... Das Problem haben wir ja bald wieder. So viele wie möglich mitnehmen. Ich meine, die gammeln auch, ne? Das ist ja das Problem. Da hängt noch einer. Komm schon. Ja. Na, wenn die irgendwann gammeln, ist das auch blöd. Also, unendlich... Ressource ist das dann auch nicht. Also, unendlich haltbar, sagen wir mal so. Theoretisch ist es ja eine unendliche Ressource, weil es wächst ja nach. Ähm, jetzt sehen wir noch eine. Da hängen noch zwei. Aber das ist wieder so eine verdammt schräg hängende Palme. Da rutsche ich doch wieder ab. Ähm. Mal gucken, wenn ich so rum hochkletter. Ob ich da rankomme? Die hängen jetzt auf der anderen Seite, ne? Aber... Ah, da war sie. Wo, 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 wo? Wo war der Punkt? Wo war der Punkt? Wo war der Punkt? Verdammt. Hier. Eins, zwei. Da hängt ja noch eine. Komm schon da ran. Oder? Habe ich mich jetzt vorgeguckt. Da hing doch noch eine. Oh, die ist echt hoch gewesen, die Palme. Es ist gut, dass wir nicht runtergefallen sind. Hängt da noch eine? Ne. Habe ich vorgeguckt. Okay. Stein. Weiß nicht, ob wir ihn brauchen werden. Da hängen zwei. Oh, hier hängen gleich zwei hier unten. Nice. Wie lange haben wir denn da jetzt? Fünf. Sechs. Das ist schon ziemlich krass. Wo hänge ich denn? So. Dann nehmen wir die beiden noch mit. Und dann gucken wir mal, ob wir in dem Frack was finden. Ob wir da rankommen, ohne dass der Hai uns frisst. So. Da ist noch ein Stein. Wenn wir jetzt einmal einen Steinslot angefangen haben, ist das ja gar nicht so verkehrt. Zwei. Da können wir, glaube ich, noch zwei Steine mitnehmen. Wer? Irgendwo noch Steine. Da liegt noch ein Stein. Da liegt noch ein Stein. Vier Steine. Acht Kokosnüsse. Da haben wir noch Slots. Da ist ein Frack. Mal gucken, was wir da finden. Ja. Ein Taub. Zwei Taubs. Wir könnten ja noch so ein paar Wasserdinger bauen. So ist ja irgendwo jemand. Ne, ne? Also, high-technisch. Jemand. Ab in die Kiste gucken. Ein Hammer. Den haben wir schon. Toll. Okay. Dann lassen wir das. Muss unnötig was riskieren. Dann ab zurück ans Ufer. Okay. Da brauchen wir jetzt auch noch eins. Aber das wird wieder so tief sein, wo ich mal nicht runterkomme. Ach da. Ey, das wird so krass. Das riskiere ich mal noch nicht. Ohne irgendwelche Ausrüstung. Sollte ich Juckas mitnehmen. Macht das Sinn? Gucken wir gleich noch Steine.